Hi und Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros Ultimate mit Zellos. Ah, Smash Bros. Oh mein Gott. Achso, ich habe vergessen Charaktere zu wechseln, egal. Ja, wir haben heute keinen Barry dabei, auch für den Stream jetzt mal so als Info. Der ist, was ist der eigentlich? Er geht zum Arzt. Der lässt seine Beißerchen checken, damit er auch immer schön glänzen kann in den Streams. Ja, der verkauft heute neue Zähne. Dafür kommt er im Satz neue Zähne, so wie sieht es aus. Also, ich habe nämlich festgestellt, dieser Flore, dieser Knopf ist der einzige Charakter, mit dem ich gerne gegen Pummelhof spiele. Echt? Ja, aber wahrscheinlich nur wegen des Aerials, ne? Ja. Da ist die Arena jetzt natürlich auch richtig gut geeignet für. Ach Mist, ich wollte wechseln. Ende gleich. Da habe ich gerade so schön angekündigt, das ich gerne mit dem Spiel. Mit Shiggy übrigens nicht so. Warum eigentlich nicht? Shiggy ist doch ein schönes Pokémon. Ähm, zu kurze Reichweite für die Attacken von Pummelhof. Ah! Was? Was ist zur Hölle? Wuhu! Wo war noch vorneweg? Was ist denn mal los? Nö, die war's. Ah! 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 Hat er mich einfach aus der Luft gefällt! Wieser! Wieser Mensch hier! Nein! Oh, ich hasse dieses dämliche Pokémon. Es hat einfach keine Ending-Licks. Ne, hat er es auch nicht. Rasierplatz! Niemals! Pfund! Ach! Warum hat mein Pfund nicht gefunden? Ach, das war knapp. Wuhu! Bäm! Wieser Mann. Nur weil er unbedingt hier! Mein Pfund! Ah! Um! Weg gehst doch Junge! Völlig falsch, die Alte! Ah Gott! Du wurdest gebubbeluft. Ich wurde gebubbeluft. Hilfe. Ah, sehr schön. Ich schäme mich. Du solltest dich wirklich schämen. Ein Charakter, den du kennst und einen Charakter, den ich jetzt vielleicht zum dritten Mal spiele jetzt. Ja, zumal ich den ja letztens in den Deal gebracht habe. Aber okay, ich bin gerade ein bisschen, ich suche meine Ausrede, nicht warm gespielt. Zufall. Ja, ich mache das auch Zufall. Ich habe jetzt die ganze Zeit den Plüscher geknuddelt, bevor wir angefangen haben. Ich glaube, das war das Training. Ja, deswegen. Das ist ja unfair, ey. Ja, Entschuldigung. Stift und Plot. Oh, was? Red muss hakt jetzt gegen Diantas Pokémon bestehen, um Champ zu werden. Und ich werde heute übrigens keine Zitate aufschreiben. Was? Was? Wieso nicht? Du musst immer Zitate aufschreiben. Ich habe Meta Knight geil. Meta Knight mit dem Typ Feuer, wie man gerade sieht. Wichtig nächste Nummer so als Randinfo. Was hat denn der dann für einen Typ? Metallfeuer? Nee, Feuerflug. Ah, okay. Nein. Ey. Werft den von der Dran in die Ecke. Hat er gemacht. Nee, der Leid ist einfach so gut, ey. Ah. Das sah aus wie mein Bruder. Gleiche Farbe. Was soll ich gegen das Rattatam machen, ey? Ach, mein Nenär ist besser. Ja. Fick, dein Nenär. Dein Nenär kann mich mal. Ich kann die Attache nicht. Ich bin einfach weggehydriert. Hydriert? Hydriert, ja. Hydriert doch vielleicht. Das ist warm. Hatte ich gestoppt? Ich auch. Das scheißdingt. Ich habe echt gedacht, das fliegt jetzt raus hier. Hier, sollst bloß nicht denken, dass ich hier... Zack. Nein, nein, nein. Was soll ich hier gerade dazum machen? Es hat alles so gut ausgesehen. Das hat alles so gut ausgesehen. Ah, was? Jawoll. Doch, wieso? Wow, das killst du? Ah, hu hu hui. Mist. Ich dachte, du brauchst noch dritten. Di, 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 di. Huh. Oh. Oh. Hydrant, du hast mich verraten. Oh. Dein Dauernsbisch hat eine größere Range als mein Vorwurtsmash. Okay. Ja, klar. Bam. Oh. Mann. Das ist mir doch mal mein Spaß. Hey. Au. Hier, Upsmash. Waka waka, motherfucker. Oh Gott, das war ja schlecht. Alles getaggt hier. Auch alles getaggt. Jawoll. Was? Ich dachte, ich fall drauf. Es war mega knapp. Total Bullshit, Alter. Komm her. Oh ja, Ratatam. Defensives, Ratatam. Offensives, Ratatam. Dein Ratatam ist einfach zu stark. Was soll ich gegen deinen Ratatam machen? Zu viele Online-Pagmans schon gehabt, als ich da reinfallen könnte. Aber es hätte ja funktionieren können. Komm schon. Das stimmt. Ich wacke, wacke, nicht weg, Alter. Wacke, motherfucker. Wacke, ooooh. Wuhu. Nice. Nice. Nice take. Wuh. Nein, 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 nein. Oh, der letzte Hit. Jawoll. Was ist der Ending-Lag von dem Bayer-Dotsch so lang? Was? Nandato. Der hat irgendwie eher aufgehört, weil der andere kann nicht denken, wie mein Ratatam-Kollege. Hast du irgendwie runter- oder hochgesteuert bei deinem Ratatam? Ich glaube, ich bin gerade so genau auf die Kante geprallt, so dass es noch wie laufen wird. Ich denke, wie ihm, keine Ahnung, das war sehr merkwürdig. Miese Kiss der hier. Ratatam! Ich dachte schon, ich bin ein Clever-Soffer-Bägen. Ja, geil. Jetzt erhört euch schon schnell rein. Ja, ihr könnt in einer zweiten Stunde mitmachen, liebe Jungs. Und eventuell Mädels. Ich weiß schon, ihr kloppt schon in den Pforten. Ich bin ewig. Aber... Mechaman! Hm. Wie zu lernen du noch hast, lieber Werderikus. Hm, mit deinem langen Schwertchen. Oh. Nein, ich werde geätert. Wuhu. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Mechaman! Ich weiß doch gar nicht, ob das funktioniert hätte. Wahrscheinlich nicht, so wie ich es kenne. Oh. Ja, was? Hier, wirst weggepustet, Junge. Oh! Nein! Jetzt! Ich so ne... Scheiße! Uh! Uhuhuhuhuhuhu! Ich hab auch keinen Schwert! Du-du-du-du-du-du-du! ... Wo kam der? Also die Plattform, die rettet dir schon öfters den Arsch jetzt hier gerade. Ja, was bist du? Ich kann es gar nicht so, hier, Zitronen, I hate it, bist du etwa sour, ja, jetzt geh es ab hier. Okay, ich weiß schon, was ich falsch mache. Du spammst zu wenig? Ja, ich spamm zu wenig. Oh, er lebt. Nein, er lebt nicht. Oh, er lebt doch. Oh, er lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, schlecht. Wieso geht das bei dir so gut? Hör auf zu ernähren, du weißt, du weißt doch, dass es viel zu gut ist. Aber nähren in allen Ehren? Lass doch einmal graben, du Sau. Lass dich doch mal krabschen, lass. Oh, krabsch wie? Wieso, Zitronen ist nicht so stark wie dein Schwäß? Oh, Junge ey. Das war eigentlich genau richtig, aber naja. Wuhu. 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 Ne, ich meine, dass es überhaupt gekillt hat. Das wusste ich gar nicht, dass es gekillt hat. Ja, das Ding killt bei irgendwas mit 120% oder so. Na gut, das war aber ein lustiger Kampf irgendwie. Beides Charakter, die wir beherrschen. Ja. Und ich hab mal gegen deinen Mega-Man gewonnen. Das ist schon selten genug, ey. Ja, das war schon okay. Na gut, dann soll es das für die Aufnahme schon gewesen sein. Drei Kämpfe sind immer noch eine ganz gute Zeit. Mega-Man traurig. Mega-Man. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüüü. Tschüss.